Prinzessin Diana, dieses Teils von sind heute wieder angesagt. Prinzessin Diana, 36, ist auch viele Jahre nach ihrem tragischen Tod noch eine der größten Stil-Ikonen aller Zeiten. Stars wie Highlight Bieber kopieren ihre Looks und auch Herzogin Catherine zeigt sich gerne in ähnlichen Outfits. Die Styles der Mutter von Prinz William und Prinz Harry setzen sich immer wieder durch. Aktuell sind vor allem 5 Modetrends von ihr wieder total angesagt. Wie komfortabel und gut eine Radlerhose aussieht, wusste sie nämlich schon in den 90ern. Welche weiteren Outfits die Prinzessin der Herzen damals schon trug und wie sie an der Royal aussahen, sehen sie im Video. Verwendete Quelle, Vorgüte.